Blockupy bezeichnet ein linkspolitisches, kapitalismuskritisches bis antikapitalistisches und globalisierungskritisches Netzwerk aus mehreren Organisationen, dessen Name sich von seinem Vorhaben einer Blockade und von der Occupy-Bewegung ableitet. Wegen der vielen beteiligten Gruppierungen ist eine eindeutige politische Zuordnung schwer möglich. Der räumliche Schwerpunkt liegt in Frankfurt am Main. Das Bündnis rief 2012 und 2013 zu Aktion Stagen mit dem Ziel auf, das Tagesgeschäft der Europäischen Zentralbank in Frankfurt zu stören und gegen die europäische Finanzpolitik im Hinblick auf die Euro-Krise zu protestieren. Die vorläufig letzte Aktivität waren die Proteste anlässlich der Eröffnung des Neubaus der Europäischen Zentralbank am 18. März 2015 in Frankfurt. Dem Aufruf des Bündnisses zu Blockaden und einer Demonstration folgten 17.000 Menschen. Im Verlauf der Proteste kam es zu erheblichen Ausschreitungen. Das Bündnis. Trotz der zu kräftigen Namensgebung hat Blockupy nach Einschätzung des Soziologen Dieter Rucht fast nichts mit Occupy gemeinsam. Letztere Spiele in Deutschland 2015 keine Rolle mehr. Zu den Organisationen des Netzwerks gehören unter anderem die Partei Die Linke, die globalisierungskritische Organisation Attache, der Revolutionärer Sozialistische Bund, die Gewerkschaft Verdi, die Interventionistische Linke, ums Ganze, die griechische Linkspartei SYRIZA und die autonome Antifa Frankfurt. Im Sinne einer Globalkritik geht es der Bewegung nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Sebastian Hauns von der Universität Konstanz nicht um eine bloße Symbolik. Das Netzwerk versteht sich als europäisches Projekt. Ziel ist seinem Selbstverständnis zufolge den Widerstand gegen ein Krisenregime. Das Millionen Menschen in vielen Ländern Europas in Not und Elend stürzt an einen seiner Ausgangspunkte zu tragen, mitten ins Frankfurter Bankenviertel, an den Sitz der Europäischen Zentralbank und vieler mächtiger deutscher Banken und Konzerne. Dementsprechend rief Blockopi zur Aktion Stagen in Frankfurt am Main am 16. bis 19. Mai 2012, am 31. Mai bis 1. Juni 2013 im November 2014 und März 2015 auf. Diese richteten sich gegen den Europäischen Fiskalpakt, den Europäischen Stabilitätsmechanismus und die Austeritätspolitik der Europäischen Union im Rahmen der Eurokrise. Dabei ging es dem Bündnis nach Eigenangaben 2012 nicht darum, generell abstrakt gegen das Finanzwesen zu protestieren, sondern ganz konkret an einem Werktag die EZB als Symbol des Kapitalismus zu blockieren.